Hallo zusammen, ich bin Philipp. Ich habe die Lehre als Strassenbauer gemacht bei Strabag und werde euch zeigen, wie es auf der Baustelle läuft. Das coolste an meinem Beruf ist, dass ich sehr abwechslungsreich ist und man viel Spass mit meinem Team haben kann. Wenn du Strassenbauer werden möchtest, musst du körperlich fit sein und gerne draussen sein. Ich würde die Lehre bei Strabag machen, weil man gut unterstützt wird und man hat gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Als Strassenbauer hat man Gratis-Fitness und sieht am oben, was man gemacht hat. Ich hoffe, ihr habt einen guten Einblick bekommen und wenn es euch gefällt, würde ich mich auch bewerten bei Strabag als Strassenbauer. Flügel-F телефон Flügel-F 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 Flügel-F